Der Film heißt ja die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt und der Dr. Friedle, dieser wissenschaftliche NASA-Mitarbeiter, ist quasi der Moderator dieser Geschichte, wenn du so willst, der Initialzünder, das Kitt in der Geschichte, der alles so zusammenhält. Es ist so ein bisschen Thomas Gottschalk mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln, beispielsweise diesem Lächeln. Und da bleiben ja keine Wünsche offen. Also hier jetzt quasi im weitesten Sinne so einen Physiker zu spielen, einen wissenschaftlichen Mitarbeiter der Weltraumbehörde NASA. Ich würde mal fast sagen, nichts ist weiter von mir entfernt als das. Da waren schon ein paar schwierige Begriffe bei, die ich mir so teilweise drauf schaffen musste, vor allem die dann auch immer fehlerfrei auszusprechen mit dieser Kauleiste und dieser Frisur vor allem. Also das war ja das größte Problem, mit dieser Frisur zu sprechen. Das Ganze wird schon ein Riesenspektakel, auch weil sich, was die Schauspielerinnen und Schauspieler anbelangt, hier E und U treffen, kann man ja sagen. Wobei ich sagen muss, dass E für mich immer Entertainment bedeutete und U Unterhaltung. Aber wenn du dann so unterschiedliche Namen auf dem Besetzungszettel siehst wie bei uns, dann denkt man, wow, okay. Das darf Komödie in den 20er Jahren des dritten Jahrtausends in Deutschland mittlerweile auch. Und Schuld daran, weil niemand anderes als der Kapitän höchstpersönlich. Das Drehbuch ist schon so abgedreht, dass ich mich fast geärgert hätte, wenn man mich nicht gefragt hätte, ob ich mitspielen möchte. Wir erzählen nur Komödie und kein Drama, das die Menschen runterziehen soll, sondern auf beste Weise unterhalten möge. Ich bin ein großer Fan, der diesem Drehbuch, möchte jetzt nicht sagen, dass ich jede Folge gesehen habe, aber wenn ich sie gesehen habe, habe ich sie immer wahnsinnig gerne geguckt. Und dass es den Jungs gelungen ist, daraus quasi noch ein Kinodrehbuch zu zimmern, ist natürlich eine große Freude. Und deshalb bin ich sehr dankbar, hier dabei sein zu dürfen. Die Geschichte der Menschheit, leicht gekürzt im Kino.